Die darfst du jetzt aber nicht benutzen, ne? Die darfst du nicht benutzen. Die musst du jetzt mit rausnehmen, ne? Wie sieht's jetzt aus mit Dings hier? Achso, hier hab ich noch was. Hier für euch. Da, zack. Könnt ihr benutzen. Warte. Munitionsmod Hirnpfeule. Was ist das? Dann können wir Zombies beschweren. Also die Zombies kämpfen dann vor uns, weißt du? Also wir beschweren die nicht. Ach, das ist es. Ah. Ich hab ihn jetzt angeschossen und dann kämpft er jetzt. Genau, dann wird er so grün, ne? Ja, Mann. Das war das. Ah, okay. Ey, wie sieht's aus mit Auftrag? Lass mal was machen. Aber nicht den hier. So. Nicht den Auftrag. Oh. DG58, ja, weil das mit Söldern ist, Junge. Die Söldner hauen übelst rein. Ich kann noch nicht gegen kämpfen. Außerdem habe ich eine Schleisch-Rotflinze. Wir gehen hierfür. Äh. Äh. Attacke. Hm. Was war das denn für ein Sprung? Hast du gesehen? Ja, klar. Voll. Seitlich zur Solo. Äh, Rolle. Wir sind eine Tony Hawk, Junge. Tony Hawk. Alter, ist ein Ball. Lass den Ball kämen. Ah, der auf den Ball schießt ein Junge. Was für ein Ball? Oben am Himmel. Da fliegt so eine Kugel rum. Wo? Auf der Karte ist das markiert, so ein Banel. Ich bin Seele. Einfach mit einer Schrotflinte nach oben in den Himmel schießen, Junge. Wo geht die Scheiß-Kuh hin? Hier, bei mir, glaube ich, Junge. So, und jetzt hat die hier, guck mal. Wer auch immer das jetzt benutzt, der kann seine Waffe jetzt von weiß auf blau aufleveln. Da machst du mehr Schaden. Ich hab das, glaube ich, genommen jetzt, diese Essenz-Dings. Krass, das ist schon... Nee, 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 Kosta steht davor. Ach so. Oh, oh. Habt ihr benutzt? Äh, wo ist das denn? Ich hab ja so ein Ding mit, wo ich meine Waffe schon punchen kann. Geil. Nicht punchen. Das ist... Oder... Nee, das dürfte nicht punchen sein, eigentlich. Nee, nee, meint. Nee, nee, ich hab so ein anderes Teil mit. Ja, so ein Schraubenschlüssel. So ein blauen. Für die erste Runde, dass du beim ersten Mal so ich punchen kannst. Genau, ich hab... Ja, geil, ich hab schon gepuncht, alles klar. Ich... Ich mein, ich hatte das auch, aber wir haben ja... Klar, aber du hast schon gepuncht, Alter. Ja, ich hab das mitgenommen. Das war so ein anderes. Nicht das, was du mir jetzt gegeben hast. Sondern ich hatte meine Vitaille voll. Aber das hast du auch mitgenommen, ne? Ja. Also, das hast du benutzt, oder? Äh, nee, das hab ich gar nicht... Das ist ein blau... Nee, das hab ich nicht gefunden in meinem Inventar. Tö, egal. Nee, du musst das benutzen, einfach. Hättest du es nicht einstecken müssen, dann wäre deine Waffe jetzt blau gewesen und du würdest halt viel mehr Schaden machen. Ich hab's direkt eingesteckt. Aber das muss doch jetzt in meinem Inventar sein, oder? Hast du so einen blauen Schraubenschlüssel im Inventar? Nee, nur die zwei grünen, die ich mitgenommen habe. Da reicht auch einer, ne? Was machen die grünen Schraubens hier? Ja, es gibt halt diese Waffenseltenheitsstufen. Weiß ist Standardwaffe. Dann gibt's grün, das ist so die erste Stufe von den Waffen. Dann gibt's blau, das ist die dritte. Genau, ja. Und dann kommt orange. Orange ist dann das Letzte. Das ist super selten, ja? Oh, der ist hier? Super seltener bei dir? Ja, ja. Der ist super seltener. Nee, seltener nicht, seltener nicht. Aber hier, dieser Typ, den wir killen müssen, der ist hier bei mir. Ja, ich komm. Ein bisschen noch. Jawoll. Äh? Wum. Ah, hier. Ja, Nexo, ich will mich bedanken, Nexo. Warte mal. Ja, okay, ich mach Hose auf, warte. Klasse. Äh? Wir haben die beiden dicke Bummen am Start, Junge. Dicke Bumme, Junge. Ähm, Alter, da fährt einfach ein Auto. Ja, Mann. Äh, wer ist das? Okay, wo gehen wir hin? Wir gehen. Äh, ich bin tot. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja, ich sag ja, das sind die, das sind die, das sind die Solden, die Solden, die, also die verstehen keinen Spaß, echt? Die Messer, Alter. Äh. Die müssen die nur mit gepanschter Waffe anlegen, ne? Habe ich gesehen, ne? Habe ich gesehen, ja, ne? Warum fahren die denn weiter? Die sollen kommen, Junge. Naja, die müssen, die bringen irgendwelche Pakete zu irgendwelchen Stützpunkten und die kannst du überfallen und so. Also, maximale Munition wäre nice. Mein Holger ist schon fast. Ja, oder einfach auf der Muni-Küste gucken, ne? Können wir auch machen. Ein Hund. Ein Hund. Aber da kriegt man kein XP, ne, wenn man diesen Mod benutzt, wo die dann auf deiner Seite kämpfen, ne? Ähm, du kriegst keine Waffen-Kills, ne? Ja. Also, die Waffen-Kills werden nicht angerechnet. Weil du tötest sie ja nicht mit deiner Waffe so, du lässt sie ja quasi töten. Ah, hier sind wieder andere. Wobei das bei diesen, bei diesen Geschützen hat das funktioniert, wenn du diese Geschütze benutzt hast. Das hat er als Waffen-Kill gezählt oder mit einem Auto jemanden überfahren, willst du auch deine Waffe mit. Genau. Das nennt man heutzutage Team-Kameraden, die sind schon wieder weg hier, ey. Ja, wir haben schon mal einen Auftrag für dich angenommen, der direkt vor deiner Nase ist, quasi. Das nennt man heutzutage Service. Team-Player, Junge. Vorbereitung ist das. Wo ist der vor meiner Nase, wo? Hier oben. Nächste rechts. Dann lauf ich mal da hin. Einfach die nächste rechts. Äh. Äh. Wer ist das? Der Schiller, aber man hörte nicht. Gut. Da gibt's. Äh. Man ist schon du. Und dort ist er. Direkt schon tot, ne? ich habe schon gepancht maschine ja aber meine pistole leider ein bisschen scheiße ich wusste nicht dass wir ja ich bin halt zu wenig wenn man das verstanden was er zockt so wenig zombies und das ist das problem muss man sagen wieso es gilt für dich auch jetzt sagt er nichts mehr ist auf einmal still weißt du arbeite mal große klappe und jetzt auf einmal still kaboom einmal machen oder nicht ich will zweites mal hierfür gehen wir können ich kann doch jetzt weil wir noch nicht gepancht haben oder ja ja du kannst immer punchen in zone 1 aber halt immer nur stufe 1 ja ich möchte jetzt in den links in dem pan sprecher meiner jeweilten um meine holger zu punchen nichts mal wenn ich den holger sehe dann sage ich dem ich mag nicht weiß warum ich finde eine waffe ist präzise bis präzise rückstoß so sagen der denkt muss man der denkt sich bist du schwul cool hier kannst du punch koste der der holger der holger arbeitet auch schon ewig bei der post das ist auch schon so ein urgestein warum ist er eigentlich die ganze zeit in der bo geblieben alter der hat er richtig bock willst du die wahrheit hören ja gegen frauen weil er keine eier hat ey was ist das hier holger denkt sich jetzt irgendwann erstmal ein koster youtube video angucken und dann muss er das hören und weint so ein bisschen so eine träne kommt so bei ihm runter aber das ist doch jetzt nicht so negativ wo bist du denn levin hier hirnfeule abschuss was ist das hier ist so ein laser strahl einfach da musst du hin ja ich weiß vielleicht was hier ist ich habe keine ahnung was das ist hirnfeule abschuss ist eigentlich einfach nur deine munition die du halt modifiziert hast was du jetzt gerade drin hast was ich dir gegeben habe ey hier ist so ein komisches portal kann man das nicht benutzen ja da landest du irgendwo auf einer anderen map also auf einer anderen map sage ich schon du teleportierst dich in einen anderen map bereich wenn du pech hast landest in zone 3 und bist tot das ist mir mal passiert als ich so ein portal gegangen bin aber ich meine das hier das hier guck mal mach mal Fotoschick whatsapp mach mal Fotoschick whatsapp so 75 abschüsse erreicht million ist so ein krasser dude ja den nimmst du auseinander hast du gepuncht ja eine waffen war warum hast du ja noch nicht gefällt mir markiert ist hier links oder geradeaus wo ich jetzt schon dir alles die mann schon so viel oben wie es kein problem ich will aber bisschen was wir holen komm ich eskortiere dich wir kommen dann da hoch überhaupt wo war das denn das war bestimmt hier rein hier wahrscheinlich rein irgendwo ne hier 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 geht es hoch genau wo ist die pannstation digga das ist doch eine höhe ja ja man ok 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 was hast du da gemacht hast du die da so cool hier bei wasser was hast du da hast diesen wagen das ist diese mission die wir gerade wollen das ist die mission wir müssen dann begleiten wir müssen quasi das ding diskutieren und es darf kein schaden herkommen ok also müssen wir ganz derzeit nicht kaputt gehen dann nicht kaputt gehen wir haben jetzt 92 prozent also wir haben 92 prozent leben ja dann machen wir ein bisschen platz machen das ist jetzt schon der letzte und danach ist die mission fertig das meine ich oli was ist das das hier ja das ist die das ist die mission dass diese staubsauger so ach so ja und ich wollte die ganze zeit wissen was das ist jetzt kommen die alle jetzt werden die einfach aufgesaugt nur von dem ding na das ist meine granate gewesen hast du ja auch gut das war meine granate so jetzt müssen wir das ding beschützen die zombies greifen das jetzt an sogar der meiner ist kein problem mit so einer gepunschten waffe dann lieber wieder minecraft spielen der meiner auftrag abgeschlossen guck mal wie der guck mal wieder sich das klauen das ist ja für alle da oder kriegte es war alle ja jeder hat was eigenes ach so magier magier dort können jetzt hier hingehen ach du scheiße ich finde mein leben was so getan ich habe mich versehentlich verdrücken habt ihr nein ich habe mich versehentlich verdrücken hat ich benutzt du findest du gehst einfach in diesen gebäuden wenn du auf toilette irgendwo gehst und badezimmer das ist immer so ein kleiner kasten und da drin ist immer so ein system medizinschrank medizinschrank ja danke danke so ne kacke alter ich hab mich einfach verdrückt machen entschuldigung olli entschuldigung tut mir leid ist alles gut ist halt nicht meine stim also doch irgendwie schon aber gewesen egal kannst du mir eine neue besorgen bitte geschenktes jahr was ich start das spiel eben neu bitte das wäre ganz lieb ich kann dir tatsächlich noch neue besorgen nein tschuld warte ich guck jetzt alles gut ne kann ich du brauch gerade eine au wo ist denn der auftrag jetzt sagen wir mal dahin oder was achso ja 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 blutmord was große söldner kiste o ein geschütz habe ich schon mitgenommen ein geschütz wenn du das nicht benutzen g5 nimmst dann kannst du das kannst du das auch im multiplayer benutzen er wird auch weil auch das musst du freischalten diese abschüsse erinnern ja mann was ist volle kraft was ist das für ein ding na kam schaden glaube ich wechsel das magazin du kannst ja dann totboxen ach lava hm echt das wusste ich auch nicht ja bonuspunkte kriegst du irgendwie nice thanks bro bonuspunkte kriegst du irgendwie irgendwie eine gewisse anzahl an punkten also an kohle hm hm doppelte also doppelte punkte ist klar doppelte punkte ist doppelte punkte komm mein zombie finish die alle die sind ja ein witz war hier will dass jemand haben müsst ihr auch freischalten ne habe ich schon also ich hab das brauche ich brauche ich brauche ich brauche den geschützt kann man eigentlich schneller frei oder soll ich einfach geschützt mitnehmen ja bringt ja nichts anderes ja ausgerüstet haben okay dann ich würde präzigen präzigen wie 88 herausforderungen oder so ähm komm welchen auftrag machen wir kommen die jungs da ist doch noch was für mich in dem belohnungsriss hol ich mir mal ab ne was das war effekt nachdem fände kisten ressourcen und vor vorgehoben lass mal hier auch aufs dach und mit dem fallschirm zu dem auftrag da kriegen wir ein auto wirst du denn schon wieder die treppe hoch ich habe hier ist hochgelaufen trepp ist hochgelaufen tippe 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 tapp ich weiß was nicht feier wie kann man das trinken eigentlich durch das inventar inventar öffnen und dann benutzen oder so ne ich finde das ich finde das nicht mehr so neig ich will zeigen so dass ja zeigen die doch wer für seinen inventar und dann steht ach dieses scheiß seltener jungen ist nicht noch mal und dann steht da benutzen oder ablegen ich kann es aber der trinkt das aber nicht ja dann hast du den jetzt schon ah ok das sollten aber ja hinter mir waren sollen die haben mich abgeschossen alter hier liegt ein großer rucksack das heißt hast du den noch koster ja ne ja habe ich ja wozu ist großer rucksack das ist dein inventar mach mal jetzt dein inventar auf steuerkreuz nach unten ich ja ja so und jetzt siehst du ja wie viel platz du da oben hast und da steht was für ein rucksack du hast ja kannst du dir nehmen ein kleiner rucksack wenn ich den großen wenn ich den großen nehmen passt dann mehr rein ne 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 aber ich hab dir jetzt im mittleren hingelegt weil ich habe gesehen ich habe nur im mittleren ausgerüstet ich brauch den großen sorry oh ich bin nicht gegangen hab ich nicht gegangen da hab ich ich wollte den unbedingt haben bin halt einzelkinder aber mittlerer rucksack ist auch besser als kleiner rucksack korrekt auf jeden fall korrekt ist korrekt würde ich sagen das ist schon mal die vorstufe ich nehme dir denn einfach mit du brauchst wieder zu lange hier nehmen einstecken ja Junge du bist einfach auf dem sprung ablegen ablegen lass uns doch mal lass mich doch mal hier ein bisschen die map erkunden ey ja kannst du ja gibt es ja kein auto oder so wir haben jetzt in auftrag wir haben eine andere Richtung das ist auch der auftrag wir kommen lass zum auftrag der ist doch hier vorne oder nicht wechsel das magazin du wolltest doch die map erkunden ja hab ich doch schon recht na gut na gut alter wo ist meine scho- wo ist meine shotgun hin? ach ich hab letztens auch mal eine waffe vertauscht echt das ist mir auch mal passiert und jetzt müssen wir nach Kosta komm da oben da bin ich nochmal zurück gelaufen aber da war der nicht mehr da naja man die dies vorne irgendwann ja na ich hab so ein gesuch wie so ein dober echt hier Ich habe ein Helikopter an den Hacken. Ich habe ein Blood-Refahren. Boah, die nehme ich so mit. Nicht trödeln. Ich habe sie alle vorher gekillt. Äh... Belohnung abholen. Äh... Was gibt es denn da für uns? Oh! Jetzt habe ich so... Schock-Munition ist das. So einfrieren, wenn man jemanden abschließt. Ne, man... So eine Schneeflocke, ne, ist das? Ne. Ähm... Wir können jetzt... Markierer Auftrag! Hier entfahren würde ich sagen. Zum zweiten Punch. Zum zweiten Punch. Zum zweiten Punch. Du brauchst 10.000. Hab ich schon fast. Wir müssen noch einen Auftrag machen. Ja, einen Auftrag brauchen wir aber noch. Wieso, Digga? Du kannst mir doch ein bisschen kritten, Alter. Was ist denn los? Ach so, ich könnten. Bist du so ein... Ja, stimmt. Bist du so ein... Bist du so ein Geier geworden, oder? Hm. Ja, Mann. Boah, der ist einfach ein Geier an. Das ist krass. Jeder muss gucken, wo er bleibt, Junge. Und dann hat er mich nicht mehr mit. Und dann hat er jetzt einfach alles von mir bekommen. Und jetzt muss ich... So ein Junge. Und dann nehmt ihr mich nicht mehr mit, Igaona. Gebt die Rückendeckung. Das ist Insta-Kell, ne? Ich hab mal Auto, aber das ist immer Insta-Kell. Oh, das ist der Konvoi vor uns. Nee. Ja, dann. Alter, ich... Ja. Sind das selten, ne? Nö. Oh, ich bin knocked. Ich komme. Wie lange das dauert, Junge? Äh. So, und hier hinten im Kofferraum sind, äh, sind es jetzt so Kisten. Okay. Ja, okay, wenn die auch kaputt sind, nicht. Die kannst du, warum kannst du die Kisten nicht öffnen? Ah doch, die liegen hier auf dem Boden, guck mal. Hier ist noch ein Geschütz drinnen. Vorratskiste. Und hier ist ne Bomben drinnen. Da brauche ich nix von, brauche ich nix von. Lass uns weiterfahren. Na, einfach wieder nebenbei den Konvoi gemacht. Mh, 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 mh. Nebenbei, ne? Echt? Oh, wir gehen jetzt Richtung Zone 2, ne? Einfach Standartrecht jetzt. Standartrecht. Wir sind jetzt in Zone 2, Leute. Äh, wo ist das Punch-Ding nochmal? Hä? Ist einfach mal schon, ne? Hab dir Bock? Haben wir den cool, ne? Ja, das ist 17.000, ey. Wir haben genug Geld. Ja, ich muss ja nicht punchen, ne? Wir haben genug Geld, mach dir keine Sorgen. Geld ist kein Problem. Ich würd gern mit dem, mit dem Auto irgendwie runter, man. Ja, egal. Komm, geht. Ja, geht doch. Warum, äh, warum, warum, warum einfach, warum einfach nicht mal out of the box denken? Out of the box, ey. Einmal out of the box. Ja, es gibt Panzerte Zombies. Oh. Boah, wer schießt da? Äh, sprach mal von jemandem ein bisschen, ein bisschen Essenz. Alter, ey. Was ist denn für eine Party? Ach so. Oh, hast du einen Magier? Ja, warte, ich lege euch mal die Kohle davor. Hast du einen Magier gedribbelt, oder wat? Ja, man, sowas in der Art. Ähm, Leven braucht das. Koster braucht das. Ich hab jetzt irgendwas genommen, zufällig. Ja. Und jetzt könnt ihr hier punchen, weil... Aber mir fehlt noch ein bisschen. Dankeschön. Ja, wie viel brauchst du? Sauber, sauber, sauber. Sauber, sauber. Sauber, sauber. Danke, danke. Nimm, hier. Olli, nimm für deinen Dings, für deine gute Tat. Kannst du nehmen. Für die Kaffeekasse. Ich hab... Ich hab eigentlich alles. Ja, man, du merkst direkt schon, dass die Zombies ein bisschen mehr aushalten. Na, man, die machen mehr Schaden. Ja. Und die werden schneller. Obwohl die Waffe jetzt schon auf Stufe 3 gepuncht ist, ne? Ja. Ja. Ja, man ist erst auf 2, aber... Äh, 2, ja. Mit 15.000 kann man auf... 3 gehen. Ja, ich hab mir locker. War schon mal auf Stufe 3. Leven? Ähm, ja. Ne, noch nicht. Ich hab mir zu wenig gespielt. Lass mal hier auf den Kran. Lass mal hier auf den Kran. Ja, da willst du gar nicht hin. Warum? Ist schon übel da, Junge. Ach du, ich war doch im Durchstufe 3. Ich war doch im Durchstufe 3. Ich war doch im Durchstufe. Da, wo wir verkackt haben. War das doch, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, das kann passieren. Das kann passieren. Und so eine 3, ja. Was ist das denn für'n Kran, ey? Auf den Kran oben drauf. Ja, schon cool, Alter. Warst du schon hier oben? Du musst hier dranspringen an das Ding. Ach krass. Ja, moin. Wer wirft mich denn nach hier oben? Ey, hier oben, ne? Äh? Und jetzt komm. Ey, wie seid ihr da hochgekommen? Krass, Alter. Voll oben drauf hier. Seil. Das ist ein Seil auf dem Kran. Direkt da einfach in der Mitte, wo der Kran ist. Was? Er will. Ich bin auch oben. Hä, also ob die Zombies da hoch können. Krass. Nein, aber die werfen Fleisch nach dir. Ich glaub das ist der höchste Punkt, ja. Hier der Map, ne? Siehst du, es gibt keinen... Oh, wie nice. Wie cool das aussieht. Kannst du erstmal die ganzen... Wo seid ihr, seid ihr noch höher? Ja, 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 ja. Hier musst du hin. Da musst du springen. Wie geht das? Hier oben dran springen. Doppelsprung einfach. Ah, okay. Ja, wild Junge. Guck mal, voll die Aufsicht, ne? Lass mal Selfie machen, ja? Selfie. Auf den höchsten Punkt der Map. Krass. Krass. Lass mal da zum Auto fliegen, Jungs. Na, hier ist ne Seidner. Oh mein Gott. Ohhhh. Wir haben gut getan. Ich bin gleich tot. Ich bin hier bei dir. Boah, da sind immer so viele. Und Zombies kommen auch noch. Ich bin bei dir. Machst du da, Junge. So ein Scheiß geschützt, ne? Hey, einfach dein Geschütz kaputt gemacht, die Honda. Alles sicher, Junge. Alles sicher, Junge. Wir haben alles richtig gemacht. Alter, diese fucking Konterdrohne. Ja, ne? Was wüsste. Weg ist sie. Ja, dann gehen wir mal für den Auftrag hin. Wir sind ja noch Zombies ohne Ende. Ja, komm, dann gehen wir mal zum Auftrag, ne, würde ich sagen. Genau. Gehen wir mal zum nächsten. Mella hier. Es gab eine kleine Explosion im Spind mit den Munitionsmodifikationen. Alle sind sicher, aber, naja, wir wissen doch, was letztes Mal der Grund war. Was machst du denn hier für eine Party? Boah. Was hast du denn für mich? So, was hast du denn für mich? Hier, da. Hä, ich kann das nicht nehmen. Warum? Neben dir, neben dir, neben dir, neben dir. Achso. Dankeschön. Dachte die Essenz. Warum kann ich die Essenz nicht nehmen? Nein. Oh. Weil er so lang ist. Oh, hier ist so ein jünger. Pass auf. Der ist tot. Der ist tot. Der LOL. Noch ein jünger. Ja, Mann. gewesen ja hinter dir ist eine ganze orde gewesen ich brauche Hilfe wo bist du alter ist das eine ballerei maximale munition meine freunde gefällig immer wieder gerne geschafft ihr seid doch maschinen da ist noch magia vorsicht 22 stück da ist noch eine plattenkiste drin wenn wir die haben will kann die nehmen ich habe ja eine ich habe gerade was zu ich habe ich habe hier wieder so ich habe hier wieder so ein kristall mitgenommen kann ich jetzt meine waffe wieder hier so hier dieser verbraucht verbrauch und ein pecker punch waffe auf stufe 1 zu verbessern nämlich mit also schon kann ich wieder das geht auf stufe 1 stufe 2 und stufe 3 freunde das ist noch so einer das ist jetzt für uns alter der junge ist jetzt für uns mein homeboy unsere seite wollte in stufe 3 gleich eigentlich auf jeden fall zum punchen doppelte punkte also hier ist ein kopfgeldauftrag direkt den kann man mitnehmen wir haben noch fünf minuten zeit schaffen wir wahrscheinlich gar nicht mehr also zu punchen schaffen wir wahrscheinlich ja boah pistole die erste punch die pistole die ich gepuncht habe auf 1 ist schrott alter bringt gar nichts in stufe 2 ja ja so gehen wir zum auftrag oder was müssen wir aufpassen weil links neben uns ist aber wenn wir in zone 3 reingehen haben verkackt nicht aber dann kommen dann halt sobald du da in der nähe bist stufe 13 und die hauen rein die können auch welche sein die jetzt neben uns laufen ja man keine muni mehr auf meine holger fix sein arsch wo es muss mich nicht ohne durchkämpfen der gesteckt ist ich bin durch dort scheiße man scheiße ich brauche muni ist wieder da ja ich bin fast tot jetzt habe ich wieder gut ganz kurz wieder ein kristall für stufe 1 juggernaut extra rezept was das denn was ist denn was ist ein juggernaut extra rezept was ich glaube da wirst du kurzzeit stärker nicht wie sowas war das ne du kriegst mehr leben glaube ich eine erfolgreiche explikation durch und diese errungenschaft für zukünftige einsätze was ist das also ja das ist ein rezept quasi dann nimmst du das mit und du kannst dann immer das hat drei stunden musst du dann warten du kannst einmal alle drei stunden so eine dose selber herstellen und die dann haben die zone nehmen und muss das nicht da kriegst du mehr leben was ist das werkzeug was kann man damit machen keine ahnung jünger ein jünger das werkzeug ist dafür um deine deine waffe zu verbessern also sowas wie sowas wie punchen nur halt ein bisschen anders was kann man denn eigentlich kaufen ausstattung klastermine mittelgroßer rutscher dreier plattenweste ich kaufe mir meine selbst wiederbelegung was ist das was ist das mit der dinge was ist das eigentlich hier dieses schlüsselkarte für söldner festung hast du dann kannst da rein in der festung aufmachen muss ich eigentlich auch freischalten ja irgendwie man kriegt man das schlag aber keine ahnung habe ich alles hier raus mitgenommen mehr freigeschaltet in mehreren mehreren hast du hast du ein bisschen kohle ich will noch 4000 da kann ich mal so eine dreier platte mitnehmen ist mir gerade so ich kann gehen hier ja jetzt habe ich auch eine dreier platte ja wir müssen zum punkt gehen volle panzer wir müssen raus ne ja zeit ist gekommen zeit ist gekommen ja abschied nehmen müssen ja ok kurz noch zwei zombies mitnehmen ok ich komme sonst kommt die zone gleich ich komme zu euch ich bin nicht so schnell wie ihr und dann bekommt so magie jetzt gleich haben jetzt kommen wir einige ich habe nur 106 schüsse alter auf meiner waffe muss muss immer mitnehmen wenn du dir so will musst du mal drauf achten und platten kostet und platten genau sie ist ja das ist auch mal das ist so mein punkt ich vergesse immer die platten da ist unser flugzeug unser ticket hier raus ne die taxi ist gekommen kann man kann man das eigentlich kaputt machen ne ja schon probiert hier werden noch keine gasmaske hat kann die hier mitnehmen ich habe eine meine ich zumindest die gibt es heute kostenlos war sie für umsonst geschafft als halte was für glück was für eine runde recht und ich habe zwei blaue werkzeuge gefunden ein großer rucksack alter war abkassiert echt habe ich abkassiert ja noch und was er sagt der zombie modus ist scheiße ich hier hier ja spielt der massen den gar nicht ja doch aber der macht das eher so heimlich glaube ich der würde es nicht zugeben dass das ein cooler modus ist ein zombie modus kannst du auf jeden fall rüschlich dem bett das bestimmt schon alle waffen level ja gut dann gehen wir zu viert in den multiplayer genau so sieht es aus drei dinge gelevelt drei level gelevelt die holger ja aber du hast ja auch mit anderen waffen gespielt ne ne ich hab ganz oft die holger gespielt ja diese x12 die müsste ich ja jetzt frei haben genau gehen wir zurück zu dem multiplayer bitte ollie ja warte kurz die rezepte ne die müsst ihr immer sofort nutzen weil die haben halt drei stunden abklingzeit und dann nehmt ihr quasi auch wenn ihr jetzt nicht nochmal reingehen wollt nehmt ihr halt trotzdem nochmal so eine dose mit weise wie denn wie kann man das machen du gehst auf dein inventar also bei ausstattung ja ja dann hast du ja oben deinen rucksack und da kannst du das alles nicht ausrüsten dann lagerst du das ein band quasi hä oder warum ist das jetzt nicht mehr da dieses juggernaut ich finde das nicht ja das ist bei ähm das ist bei Fertigung nach Schema das ist ein Rezept was du gefunden hast genau Fertigung nach Schema und jetzt kannst du auf extra Cola's gehen und da müssten jetzt müsste jetzt irgendwas frei sein das Juggernaut Ding ist jetzt frei sein Ja Juggernaut Dose ja richtig ja und die kannst du jetzt herstellen dann stellst du eine Juggernaut Dose her hab ich gemacht du hast aber drei Stunden Abklingzeit aber das ist ja nicht schlimm die du kannst die Konsole jetzt ausmachen und du behältst die Dose weisse ja ok ja hab ich gemacht sie ist jetzt in meinem äh in meinem Rucksack drinnen ist richtig ne perfekt genau so soll es sein ja man genau so sagt jawoll jungen ok jetzt lass mal hier Multiplayer du Maschine Maschine ehrlich ne Marcel ja was geht Bruder alles gut ich hab nichts verstanden aber ok alles gut soweit meins er soweit alles gut achso soweit alles gut achso ja ok stabil olli olli gib mal durch die sva 545 was hast du sag ich nicht bitte bitte das wird teuer heute die Angebote sind vorbei ja man das ist kein black friday mehr hier eigentlich wieder mit dem tunen und so ist das wieder mit dem tunen nein nein es gibt kein tun mehr ne ne tun ist nicht mehr ne haben die rausgemacht ja ok gibts mir gleich 5 Aufsätze das war auch so eine aktion mit dem tunen ne mit der sv sva ich habe da drauf ein shadow strike schalldämpfer schalldämpfer ist wichtig damit du kein roter punkt auf der karte bist unter was ist das unter mündung mündung ja shadow was shadow strike schalldämpfer jungen warum warum geht das bei mir nicht welches level hat deine woche 30 ich bin auf 30 ich habe keine ahnung wie du das ding freischaltest das ist doch der erste das ist doch der erste schalldämpfer den man hat aber bei mir heißt der hemmeres mod schalldämpfer der erste hast du doch die richtige Waffe ja hemmeres mod schalldämpfer hab ich auch ja der hab ich auch das ist der einzige schalldämpfer den du hast ne ich habe alle frei ja dann musstest du auch shadow strike haben shadow strike schalldämpfer ja das ist bestimmt wieder so eine extra Aufgabe die man machen den eigentlich ist das der standard schalldämpfer genau das ist der allererste das direkt frei eigentlich ne es gibt aber keinen bei mir der so heißt ich hab manchmal das gefühl den zweiten monitor und spielte da ein die fieber drauf hey junge ich schwöre ich sag's mir manchmal aufsätze die 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 namen habe ich gar nicht hier guck mal mein erster du bist auf der du bist auf der der Reihenfolge ist ja anders so du bist aber auf der SVA 545 SVA 545 ja ja genau genau ja und dann gehst du auf Mündung und dann hast du bei Mündung der erste dieser Hermes mod schalldämpfer der ist auch ok der ist auch ok der ist auch ok der ist bei mir auf Platz 3 der ist bei mir auf Platz 4 oder 5 hey Junge Junge ich lese euch jetzt alle schalldämpfer vor die ich habe HMRS mod schalldämpfer schalldämpfer kolossus browhead 3dp also das sind für viele X G6 Echolein GR ja nee musst du nicht machen musst du nicht hast du dir mal die ganzen hast du dir mal die ganzen hast du dir mal die ganzen Aufsätze angeguckt es gibt irgendwie 708 Aufsätze naja mach nicht das sind für viele ach warte mal du hast denn du hast den bestimmt noch nicht freigeschaltet vielleicht musst du denn doch ich hab den frei ich hab nicht gesehen dass es weiter geht ich dachte abdings hört auf Musste einfach nur weiter nach rechts machen okay ich hab die doch ich hab den donnern nicht frei glaube ich wie ist der noch mal schädel was schädelstreck manchmal habe ich noch nicht was muss man dafür machen okay ich habe jetzt herausforderung habe ich aktiviert gucken wir mal was man einfach auf x drückt habe ich gemacht ja das habe ich das habe ich dann nimmst du als laser die schlager pack box 4 schlager schlager pack box pack box ja hab ich auch frei dann nimmst du als schafft ftec elite v3 schafft ftec elite v3 schafft ja und bei griff nimmst du zitadell griff fertig zitadell griff okay und was ein magazin mit reißen schuss geht auf jeden fall nicht von 40 doch geld ich bin 30 und kein visier ohne visier spielte ich spiele auch mit den augen zu und monitor aus okay weil der mtz 56 auch noch mal das sind keine meter loadouts oder so oder das spielen jetzt die ganzen streamer oder so das sind einfach nur meine klassen so wie ich die du bist für mich der stream du bist für mich mein streamer und es ist für mich und so sind die donations und die subs und so also wenn also wenn du wenn du einen streamer wirst ich will tagtäglich nur dich gucken der war doch streamer junge ja früher aber da kannte ich den nicht aber bald kommt sein comeback weiter ich hatte schon bei der post gearbeitet echt hast du gestreamt früher schon wo du angefangen hast bei der post ja 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 warum hast du mir nie deinen namen gegeben supporter nummer 1 das ist halt ein bisschen schüchtern ne ich wollte einfach einfach ich wollte einfach chillig mein ding machen junge ja ok mündung resguard kompensator ok warte mündung resguard kompensator habe ich bestimmt noch gar nicht oder ein bisschen weiter hin oder was dann hast du denn bestimmt nicht frei na gut dann lass das erstmal weg dann nimmst du den mtz clint schlau pro lauf mtz clint schlau ja wie sie nimmst du schiefer reflektor oder wenn du den nicht haben solltest dann nimm den mk3 reflektor 3 kann man den mk3 reflektor mtz clint schlau ja xrk hww4 handstop also unterlauf xrk hww4 handstop ich leide auch mal direkt x drücken ja dann kannst du dir wieder ein großes magazin runter machen wenn du willst du noch mal die 50 schuss dran so super munition hast nichts gemacht geschwindigkeit oder so nein ja gut danke dir jetzt können wir endlich habe ich mich aber auch noch gar nicht mich auch noch gar nicht herangetastet groß an munition alter endlich sehe ich wieder diese blonde schönheit in der lobby junge mit mini rock ich habe jetzt nicht frei warum oder ist die von modern warfare 2 die xx12 genau die war von zwei männerköln die habe ich doch schon frei stimmt die war von zwei jahre jetzt wo du sagst mich wohl hätte lieber nicht benutzt scheiße männerköln die war von zwei jahre jetzt jetzt war es noch nicht ein schritt oder ein schuss abgegeben junge entspann dich mal kommt das ist besser das ist der modus alle haben alle haben waffen außer du und alle spielen gegen dich weil du bist ein idiot der jörg meinst du bist ein idiot aber ja wumpe alter was das was der eichelkopf sagt die meinte die nennen den in der in der gang folge nennen die den rolle mord junge die lösste